Und dann geht es hier weiter im Klartext, der Skyfall, genau so kann man es ein bisschen besser lesen, der Big Beans für, das habe ich hier gerade meinen Finger drauf, der Space Charger und die Soundcheck für 9,99 Euro, sehe ich das jetzt gerade richtig, ist das beides ein Preis, der Maxi, das scheint wo beides der gleiche Preis zu sein, Flashback dreiteilig Soundmaker für 17,99 Euro, dann Profi Selection für 100 Euro, die sind immer relativ schnell verschossen, nur so eine Batterie für 100 Euro finde ich immer ein bisschen sehr, sehr teuer, da gibt es auch was preisgünstigeres. Und Over was, Over White, der kostet 79, also 70 Euro, 59, Pyro King und Out Bus, hier kann man wahrscheinlich dann auch nochmal, Alle Effekte kannst du auch beim Video gucken, das ist schon mal nicht schlecht, da weiß man wenigstens, was man da hat. Explosivgeschosse, 36 Schuss, Night Drum, 19 Schuss, 29,95 Euro. Ja.